Die scheinbar heiler Welt des Sports. Das ist das Thema heute bei der vierten Ausgabe von Good Morning Cologne, dem Nachrichtenmagazin zu mitmachen, in dem auch ihr demnächst eure Nachrichten präsentieren könnt. Herzlich willkommen im TV-Studio der Hochschule Makromedia zu Good Morning Cologne. Durch die Sendung finden euch heute mein charmanter Kollege Robin Holstein und ich, Gernot Klement. Unser Titel kündigt es ja bereits schon an. Wir wollen uns heute mit der scheinbar heilen Welt des Sports befassen und den kritischen Hintergründen. Dafür haben wir uns natürlich auch einen ganz besonderen Gast eingeladen. Er ist Redakteur beim WDR Magazin Sport Insight und sein Spezialgebiet sind die Schattenseiten. Herzlich willkommen Jochen Leufgens. Und wie immer bei Good Morning Cologne schlüpfen auch dieses Mal wieder Schüler in die Rolle der Reporter. Dieses Mal mit dabei sind die Schüler der zehnten Klasse des Lessing-Gymnasiums in Köln. Sie sitzen heute bei uns im Publikum und wir sagen jetzt schon vielen Dank für Ihr Mitwirken. Herzlich willkommen. Und zwei Sportjournalisten findet man sonst im Tonstudio der Hochschule. Nach vielen Sendungen in der deutsch-österreichischen Kombi sind wir jetzt hier bei Good Morning Cologne und verleihen dem eine sportliche Note. Und Sport beschäftigt uns nicht nur hier und heute bei uns im Studio. Sport begegnet uns überall im Alltag. Ihr könnt euch bestimmt noch daran erinnern an die Legende der antiken Olympischen Spiele. Zwischen damals und heute liegen Welten. Doch so wie sich der Sport verändert hat, haben sich auch die Nachrichten darüber. Stimmt, Gernot. Mir fallen als erstes die sozialen Medien ein. Facebook, Twitter und Co. Die sind ja aus dem Sport gar nicht mehr wegzudenken. Doch einer der ersten Meilensteine in der Sportberichterstattung ist das Jahr 1792. Was da passiert ist, wissen Frenzi Meier und Lara Martens. Wusstet ihr eigentlich, dass sich das Wort Sport erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu einem umgangssprachlichen, weltweit gebrauchten Begriff entwickelt hat? Ursprünglich war Sport nämlich eher ein Spiel der Reichen und konnte sich zunächst nur im Hofstadt entfalten. Kein Wunder also, dass das Sporting Magazine, die erste Sportzeitung, die im Jahr 1792 zum ersten Mal in England erscheint, fast nur über Pferdesport und Jagd berichtet. Trotzdem ist das Erscheinen des Magazins sozusagen die Geburt der Sportberichterstattung. Denn ab diesem Zeitpunkt nimmt das Interesse der Bevölkerung an Sportereignissen rasant zu. Ende des 19. Jahrhunderts richten Tageszeitungen sogar eigene Sportressorts ein, um den wachsenden Bedürfnissen ihrer Leser gerecht zu werden. Die Bandbreite an Sportarten, über die sie berichten, wird größer. Von Hockey bis Fußball ist inzwischen alles dabei. Artikel über Sportler, Analysen von Spielen und Hypothesen über künftige Ergebnisse. Die Inhalte der Sportnachrichten werden immer vielfältiger und differenzierter. Und mit der Erfindung des Fernsehapparats zieht Mitte des 20. Jahrhunderts die Sportberichterstattung auch ins Fernsehen ein. Für Sportfans beginnt eine völlig neue Ära. Entertainment für die breite Masse. Denn vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt sich der Sport zu Massenphänomenen. Die Sportnachrichten gehören seitdem zu jeder Nachrichtensendung. Sport gilt als ein Garant für hohe Einschaltquoten. Und weil er eine enorme Werbefläche für Produkte aller Art bietet, steigt Ende des 20. Jahrhunderts auch das Interesse der Wirtschaft am Sport massiv an. Bei der Zusammenarbeit von Sport, Wirtschaft und Medien spricht man von einem magischen Dreieck. Die Wirtschaft entwickelt sich zu einem der Big Player in der Sportlandschaft und der Sport zur Ware. Auch die Sportberichterstattung verändert sich massiv in diesem Wettkampf ums Geld. Da es bei vielen Sportarten ums große Geschäft geht, erkaufen sich Fernsehsender die alleinigen Rechte an Sportübertragungen und fahren damit Milliarden Gewinne ein. Die Sportberichterstattung des 21. Jahrhunderts ist laut, bunt und schnell. Ob mit HD, Drohne oder 360-Grad-Video. Die Technik dafür ist immer die neueste. Nur bei der Auswahl an Kommentatoren hängt der Sport seiner Zeit noch hinterher. Wie sonst wäre zu erklären, dass während der EM 2016, als Claudia Neumann das Fußballspiel Italien gegen Schweden kommentiert, ein regelrechter Shitstorm in den sozialen Medien ausbricht. Gleichberechtigung, Inklusion oder Integration führen beim Sport noch immer ein Schattendasein. Und solange Quoten bestimmen, was marktfähig ist, werden solche Themen wohl auch weiterhin hart um ihren Platz in der Sportberichterstattung kämpfen müssen. Vielen Dank an Lara, Frenzi und die tolle Animations-Crew aus dem ersten Semester. Wie wir gehört haben, spielt Sport ja eine wichtige Rolle in den täglichen Nachrichtensendungen. Das beste Beispiel, die Tagesschau. Doch wie wird Sport überhaupt in den Nachrichten eingesetzt? Na ja, Sport entspannt, Sport bringt einen auf andere Gedanken. Die logische Folge, Sportnachrichten stehen meist am Schluss. Sie dienen quasi als Verdauungsmittel gegen negative Nachrichten, wie zum Beispiel Krieg, Armut oder Naturkatastrophen. Aber Sport ist nicht nur Verdauungsmittel, Sport verbindet vor allem. Erst vor kurzem erreicht uns die traurige Botschaft vom Flugzeugabsturz in Kolumbien. Darunter auch die brasilianische Fußballmannschaft Chapecoense. Doch Sportvereine aus aller Welt nahmen Anteil. Das weltbekannte Wembley in London oder die Münchner Allianz Arena. Sie leuchteten in grün, den Vereinsfarben von Chapecoense. Und das zeigt, wie stark der Sport Menschen miteinander verbinden kann. Zusammenhalt, Leidenschaft und Integration. Alles drei Werte, die die Faszination für Sport erklären. Ob aber auch genau diese Werte eine Rolle spielen, im Leben unserer jungen Schülerreporter, das zeigen sie euch jetzt. Unsere Gruppe hat sich mit den Themen Was bringt mich in Bewegung und Integration im Sport befasst. Ein gutes Beispiel dafür ist Fußball, da dieser Sport die ganze Welt vereint. Und sich jeder daran beteiligen kann. Egal, ob sie selbst mitspielen oder außerhalb des Feldes gemeinsam dabei sind. Fußball verbindet einfach. Fußball verbindet die Welt. Nicht nur, indem man selbst Fußball spielt, sondern auch, indem man seiner bestimmten Fangemeinschaft dazugehört. Fußball vermittelt das Gefühl von Gemeinschaft, Zusammenhalt und Verständnis. Denn um Fußball zu spielen, braucht man keine bestimmte Sprache zu sprechen. Ich bin Italienerin und Dortmund-Fan. Ich bin Türkin und auch Dortmund-Fan. Hallo, mein Name ist Luana Pukolomo und ich befinde mich heute in Sundorf beim Fußballtrainer. Fußball vertritt verschiedene Altersklassen, wie Sie hier sehen können. Hinter mir zum Beispiel spielen die etwas größeren Jungs. Und da vorne spielen die etwas kleineren. Torball ist eine Blindensportart, bei dem der Ball rollend ins Tor befördert werden muss. Wir haben uns mit dieser Art von Inklusion im Sportunterricht auseinandergesetzt. Und dazu Imke Holstein, eine Torballspielerin, interviewt. Ich bin Imke, ich bin 24 Jahre alt, ich komme aus Dortmund. Ich studiere da und spiele Torball. Das ist eine Sportart, die hauptsächlich für blinde oder sehbeeinfluschte Menschen ausgelegt ist. In Dortmund spiele ich beim ESC Viktoria Klichterne, den es aber demnächst nicht mehr geben wird, sondern unter dem Namen BVB weitergezählt wird. Ansonsten ist Torball eine total inklusive Sportart, dadurch, dass jeder willkommen ist. Es gibt ein paar Einschränkungen und zwar ist es halt so, dass immer nur ein sehender Spieler auf dem Spielfeld sein darf. Alle anderen Spieler, die spielen müssen, entweder sehbeeinträchtigt oder blind sein. Auf internationaler Ebene ist es kein inklusive Sportart. Also wenn es dann über die deutschen Meisterschaften hinausgeht, dann sind Sehende komplett ausgeschlossen. Und was ich daran so ein bisschen überraschend fand, war, dass man sich dann als sehender oder als nichtbehinderter Mensch auf einmal total ausgeschlossen und explodiert fühlt. Und das halt auch einfach mal in die andere Richtung greift. Ansonsten ist Torball ein super Sport, um inklusive miteinander umzugehen. Gelebte Integration im Umfeld unserer Schülerreporter. Vielen Dank an Selin und Konstantin, unsere beiden Nachrichtensprecher vom Lessing-Gymnasium. Toleranz, Teamgeist und gegenseitiges Verständnis. Auch das drei wichtige Werte im Sport. Doch was passiert eigentlich, wenn die zunehmende Kommerzialisierung gerade diese Werte verändert? Wir haben es dem ersten Einspieler schon gehört. Je größer das Sportinteresse, desto mehr Sponsorengelder fließen. Und die Konsequenz? Der ökonomische Druck für Sportler wird höher. Wettbetrug, FIFA-Skandal, Staatstopping in Russland. All das sind negative Begleiterscheinungen, die aus diesem Druck resultieren und die Werte des Sports verändern. Aber nicht nur die Werte des Sports verändern sich, sondern auch die Berichterstattung darüber. Um im rasanten Wettbewerb der Online-Berichterstattung mithalten zu können, müssen Redaktionen und Journalisten immer wieder neue Methoden finden, um eben mit der Schnelllebigkeit des Internets klar zu kommen. Geschwindigkeit und Effizienz sind die Schlüsselfaktoren. Das Tempo der Nachrichtenverbreitung ist unglaublich hoch. Kommt ein Mensch da überhaupt noch hinterher? Oder könnte die Arbeit vielleicht sogar eine Maschine übernehmen? Das haben sich zumindest die Erfinder von Roboterjournalismus gedacht. Im folgenden Beitrag beleuchten die Vor- und Nachteile dieser neuen Berichterstattung Lena Wollny und Maria Bravo. Roboter. Wir kennen sie aus Filmen, der Autoindustrie oder aus der Wissenschaft. Bald sollen sie uns auch in unserem Alltag unterstützen, zum Beispiel im Haushalt. Aber habt ihr schon mal was von Roboterjournalismus gehört? Was soll das denn sein? Sitzen da etwa Roboter neben Menschen in der Redaktion? Nein, ganz und gar nicht. Die Roboterjournalisten sind nicht sichtbar oder greifbar. Sie verbergen sich in einem Computer. Als Software. Die Roboter sind automatisierte Schreibprogramme, die in Sekunden schnelle Berichte schreiben können. Wie das funktioniert, das habe ich die Firma AXC aus Stuttgart gefragt. Sie hat sich auf Textautomatisierung spezialisiert und gilt mit ihrem Programm Ex-Semantics als Vorreiter in der Branche. Die Software kann zum Beispiel Berichte über Sportergebnisse oder über die aktuelle Verkehrslage schreiben, sowie Veranstaltungskalender erstellen. Nehmen wir also an, wir, die Redaktion von Good Money Cologne, möchten einen Veranstaltungskalender automatisch erstellen lassen. Hierfür müssen wir zuerst die Daten über unsere Veranstaltung in die Software importieren, wie zum Beispiel den Namen, das Datum oder den Ort. Jetzt können wir in dem Programm entweder einen bereits bestehenden Text einfügen oder einen Text neu erstellen, der dann auch für alle weiteren Veranstaltungen dieser Art übernommen wird. Als nächstes müssen wir Schlüsseldaten, wie zum Beispiel den Veranstaltungsort, besonders kennzeichnen. So kann das Programm diese Informationen für jede weitere Veranstaltung anpassen. Der letzte Schritt ist der entscheidende, um zu unserem automatisierten Veranstaltungskalender zu gelangen. Alle weiteren Veranstaltungen werden jetzt nach dieser Vorlage synchronisiert. Neben diesen Vorteilen gibt es aber auch medienethische Bedenken. Unter anderem stellt sich die Frage, ob Unternehmen solche Automatisierungsprogramme zu ihren Gunsten manipulieren können. Thomas Hestermann, Journalistikprofessor an der Makromedia, sagt dazu, dass bestimmte Firmen schon heute Journalismus versuchen zu steuern, indem sie viele Informationen raushauen und manche Journalisten vielleicht mit Copy and Paste diese ungeprüft übernehmen. Das Problem haben wir schon heute. Und es wird am Ende immer darauf ankommen, wer sitzt am Ende der Entscheidung. Wenn wir gezielt und intelligent Maschinen nutzen, aber am Ende entscheiden Menschen, was dabei herauskommt, was womöglich korrigiert wird, was anders berichtet wird, dann muss man sich darüber, glaube ich, keine Sorgen machen. Die Medienbranche steht der Technologie zwiegespalten gegenüber. Haben Roboter das Potenzial, Journalisten aus ihrem Beruf zu verdrängen? Ich glaube, es wird weniger darum gehen, Mensch oder Maschine, sondern Mensch und Maschine. Wir erleben das ja schon heute, dass natürlich Journalisten Suchmaschinen intelligent nutzen. Wenn aber, das erlebe ich ja auch bei Studenten, sozusagen das Googlen die Recherche ersetzt, dann hat das keinen Wert. Also es kommt darauf an, zum Beispiel gut zu googeln, gut mit anderen Suchmaschinen zu arbeiten und dann selber rauszugehen, nachzufragen, Interviews zu führen, hinter den Vorhang zu gucken. Wenn das, glaube ich, junge Leute auch in Zukunft machen werden, dann muss man sich auch über den Journalismus und die Zukunftsjournalismus keine Sorgen machen. Noch sind sie zwar keine Standardkollegen in den Redaktionen, aber einige Medienhäuser wie die Berliner Morgenpost und die New York Times benutzen bereits eine solche Software. Studien zeigen, dass Leser einen automatisch generierten Artikel nicht von dem eines Journalisten unterscheiden können. Das testen wir und lassen Studenten der Makromedia zwei Artikel zum gleichen Thema lesen. Welcher der beiden stammt von einem Menschen? Viermal A, zweimal B. Das Ergebnis gibt der Studie recht. Die Mehrheit der Studenten liegt daneben, denn es ist Text B, der tatsächlich von einem Redakteur geschrieben wurde. Ein Roboter als Redakteur, ist das wirklich vorstellbar? Etabliert hat sich Roboterjournalismus noch nicht. Die Entwicklung bleibt aber abzuwarten. Bei mir sitzt jetzt unser Studiogast Jochen Leufgens. Jochen, wie schätzt du diese Entwicklung ein? Könntest du dir einen Roboter als Kollegen vorstellen? Als Kollegen ganz sicher nicht, weil ich glaube, der Roboter hat dem Journalisten einen ganz großen Nachteil. Er kann halt einfach nicht evaluieren. Er kann schlecht bewerten. Er kann deutlich schlechter inhaltliche Kontexte herstellen, als das, glaube ich, ein gut ausgebildeter Journalist zumindest können sollte. Man kann sich diese Roboter, was ja letzten Endes nichts anderes als ein kluger Algorithmus ist, aber ganz sicher zunutze machen. Im Datenjournalismus erleben wir das. Ein Algorithmus kann deutlich schneller große Datenmengen durchforschen, als das letzten Endes ein Mensch kann. Aber das Einordnen bleibt beim Roboter sicherlich noch auf der Strecke. Und das ist, glaube ich, etwas, was gerade in der Zeit, die immer komplexer wird, den Journalismus noch stärker ausmacht, als vielleicht zu anderen Zeiten. Jochen, du bist Redakteur beim WDR-Magazin Sport Insight. Beschäftigst dich da, wie wir eben gehört haben, mit den Schattenseiten des Sports. Viele wählen jetzt den Beruf des Sportjournalisten, weil sie Moderatoren, Kommentatoren werden wollen. Warum du nicht? Gute Frage. Ich glaube, der Beruf des Sportjournalisten hat in der Vergangenheit sehr viele Menschen angezogen, die aus möglicherweise dem Fanlager kamen. Ein guter Kollege hat darüber mal gesagt, der Sportjournalist ist eigentlich der Fan, der es um die Absperrung geschafft hat, also seinem Idol, dem Sportler, nahe gekommen ist. Das ist auch, glaube ich, ein großes Problem, das den Sportjournalismus ausmacht. Wer aber möglicherweise mehr von der journalistischen Warte da rangeht an dieses Sujet Sport, das letzten Endes nichts anderes ist als vielleicht das Ressort Wirtschaft, als das Feuilleton, als das Ressort Politik, der kommt, glaube ich, zu der Erkenntnis, dass das reine Abbildende, Unterhaltende dem Sport nicht gerecht wird und damit auch der Gesellschaft, in der ja Sport ein Teil ist, nicht gerecht wird. Und ich glaube, es bedarf halt eines anderen Zugangs zum Sport als nur des 1 zu 0 Jubeljournalismus. Du sagst, es bedarf eines anderen Zugangs. Wie gefährlich ist denn die Arbeit als investigativer Sportjournalist? Letzten Endes ist das einzige Gefährliche wahrscheinlich der Koffeinkonsum, weil es relativ spät ab und zu mal wird abends. Aber wir dürfen jetzt nicht uns der Legende irgendwie ergeben, dass es an Leib und Leben gefährlich würde, weil wir teilweise in Gefilde reinstoßen, die zwar in einem kriminellen Milieu ähneln, aber wir gerade als westliche Journalisten sind da im Sport sicherlich viel, viel beschützter, als dass andere Journalisten weltweit sind, die wirklich in Krisengebiete reisen. Und denen muss man diese Frage, glaube ich, eher stellen, wer allerdings wirklich gefährdet ist. Das sind teilweise die Personen, mit denen wir zusammenarbeiten, also die Whistleblower, also die Menschen, die uns tatsächlich unter großer persönlicher Einschränkung oder Gefahrinformationen bereitstellen. Und die sollte man sich sorgen, um uns, glaube ich, deutlich weniger. Du hast gerade gesagt Whistleblower. Du hast selbst entscheidend mitgewirkt bei der Aufdeckung des FIFA-Skandals. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie kommt man denn an solche hochbrisanten Fakten? Das ist von Fall zu Fall etwas unterschiedlich tatsächlich. Im Falle des, oder der FIFA-Skandale ja mittlerweile, ich glaube, den einen FIFA-Skandal gibt es ja nun nicht mehr. Da gibt es ja viele Dinge, was wir im vergangenen Jahr gemacht haben, war beispielsweise ja noch einmal auf die Wahl zu schauen, die im Dezember 2010 bereits vonstatten ging. So ein bisschen was wie der Urknall im kritischen Sportjournalismus, als an einem Tag die FIFA, die Weltmeisterschaft, sowohl nach Russland für 2018 als auch nach Katar für 2022 vergeben hat. Diese Entscheidungen haben wir uns im vergangenen Jahr auch noch einmal angeschaut, haben dort ja in kleinteiliger Recherche sowohl Leute getroffen, die uns am Ende dann Auskunft darüber gegeben haben, als auch neue Informationen bekommen über, sagen wir mal, die Geschäftspraktiken, die privaten Geschäfte von den Menschen, die an dieser Wahl entscheidend beteiligt waren. Also ich erinnere mich an einen zypriotischen FIFA-Vorstand, der mitgewählt hat bei Russland und Katar, dem wir eines jetzt nachweisen konnten, dass seine Privatfirma mit Gazprom, also der russischen Firma, die entscheidend an der russischen Bewerbung mitgewirkt haben, Geschäfte gemacht hat. Und wir konnten ihm auch nachweisen, wobei da waren britische Journalisten auch mit am Werk, dass er auch mit einem katarischen Staatsfonds einen Deal gemacht hat. Wir sind aber dort auch an einer Stelle stehen geblieben. Wir wollten beispielsweise wissen, welchen Millionenumfang dieser Deal hatte und konnten die Zahl am Ende halt leider nicht doppelt verifizieren und mussten so damit leben, dass wir sagen konnten, da gibt es ein Geschäft, aber wir können den Umfang nicht genau bestimmen und er hat ihn uns logischerweise auch nicht genannt. Bei dem russischen Deal war das etwas anderes. Da konnten wir eine klare Erfolgssteigerung seiner Firma nach dem Geschäft mit Gazprom nachweisen. Das geht teilweise über öffentlich zugängliche Quellen, teilweise über Menschen, die man halt in langer Arbeit sich zu vertrauten macht und die einem dann Informationen geben können, die halt so einer Öffentlichkeit nicht durch Googeln oder andere Arten zur Verfügung stehen. Denkst du denn, dass in unserer schnelllebigen Zeit sich überhaupt noch genug Leute für die Hintergründe im Sport interessieren? Ich glaube, dass wir gerade im Jahr 2016 einen Paradigmenwechsel erleben, dass wir so ein bisschen die Zeitenwende im Sport hier sehen, dass der Sport dieses Jahr ist im wahrsten Sinne des Wortes und verzeihe das Wortspiel den Bach runtergegangen, nicht nur weil der EOC-Präsident so heißt. Wir haben den russischen Dopingskandal weiter erlebt, den wir 2014 mit aufgedeckt haben. Wir haben eine Entscheidung in der FIFA erlebt für das Präsidialamt. Wir haben weitere Verhaftungen und Verurteilungen und Ermittlungen im Bereich der FIFA erlebt. Wir haben aber erlebt, wie der Deutsche Olympische Sportbund mit dem Sport mittlerweile umgeht und dieses Gut mehr schlecht als recht verwaltet. Und all das führt, glaube ich, dazu, dass immer mehr Leute gerade diese Informationen wollen. Also ich glaube, das Betrachten des Sports als eine von der Gesellschaft losgelöste Form, der reinen Katharsis, also des reinen Entspannens, wie ihr das eben auch genannt habt, ich glaube, diese Zeit ist für viele Menschen vorbei und ich möchte sagen, Gott sei Dank vorbei, weil Sport Teil der Gesellschaft ist, weil Sport staatlich mit sehr viel Geld finanziert wird. Geld, das uns allen gehört am Ende des Tages, mit viel Steuergeld, mit viel Gebührengeld am Ende des Tages. Und der Sport gehört vielen. Eine kleine Gruppe hat versucht, sich diesen Sport zu eigen zu machen und da mehr reinzustoßen. Das ist, glaube ich, etwas, was viele Menschen angeht und an dem viele Menschen Interesse haben. Du beschäftigst dich ja hauptsächlich mit der Hintergrundberichterstattung und deshalb oft mit den negativen Aspekten. Glaubst du persönlich noch an die Werte des Sports? Ich glaube sehr wohl an die Werte des Sports. Ich glaube, der Sport hat eine ganz herausragende Chance für Inklusion, für Verständigung, für die Aufnahme von Menschen, die vielleicht in unsere Gesellschaft neu kommen, zu sorgen. Ich glaube nur, oder ich glaube sogar, dass der Sport das auf vielen Ebenen tatsächlich auch noch erreicht. Ich glaube nur, dass die, die den Sport verwalten, sitzen sie im Internationalen Olympischen Komitee, sitzen sie in der FIFA, in der UEFA, wir können diese ganzen Buchstabensalate durchgehen. Diese Menschen, die diesen Sport verwalten, sind meiner Meinung nach und nach unseren Recherchen, darf man das, glaube ich, sagen, wahrscheinlich nicht die geeignetsten, um diese Werte voranzutragen, weil viele dieser Menschen in der Vergangenheit, die in der Verantwortung waren, sich lieber die eigenen Taschen voll gemacht haben, als diese Werte zu transportieren, die der Sport sehr wohl hat. Jochen Leufgens, Redakteur beim WDR Magazin Sport Insight. Er glaubt sehr wohl an die Werte des Sports, sagt aber auch, es bedarf eines anderen Zugangs und man muss die Leute bekämpfen, die sich den Sport zu eigen machen. Und damit vielen Dank für das Interview. Danke. Wir haben bislang viel über das Geschäft hinter dem Sport gesprochen. Doch egal, ob er jetzt nicht so gut läuft im Hintergrund, er soll ja vor allem Spaß machen. Und egal, ob alt oder jung, Bewegung hält uns gesund. Aber die hauptsächliche Bewegung heutzutage von Jugendlichen sieht ja eher so aus oder etwa nicht. Wie ihr die Abhängigkeit vom Smartphone stoppen könnt, das zeigen euch jetzt wieder unsere Schülerreporter. Kennt ihr das nicht auch? Euch ist langweilig und man hängt nur am Handy? Dagegen hilft zum Beispiel Sport. Wie ihr euch zu Sport mehr motivieren könnt und dabei auch von eurem Handy wegkommt, zeigen wir euch in einem kleinen Beitrag mit Markov und Linus aus Köln. Smartphones sind aus unserem heutigen Alltag nicht mehr wegzudenken. Jugendliche benutzen ihr Handy dauerhaft und überall, egal ob sie auf YouTube, Instagram oder Facebook unterwegs sind oder aus Langeweile nur mit ihrem Handy spielen. Sogar für Online-Shopping wird es benutzt. Aber Jugendliche entdecken den Sport wieder, denn wer möchte nicht gerne fit sein? Markov und sein Freund Linus gehen gerne joggen. Wir haben sie dazu interviewt. Was motiviert euch Sport zu treiben? Was bringt euch vom Handy weg? Also wir machen sehr gerne Sport, weil dabei kann man sich mal richtig auspauen und man ist auch richtig entspannt. Und diese Alltagssorgen und Schulsorgen sind Ratzefahrze weg, wenn man durch richtige Auspause. Und wie oft benutzt ihr euer Handy so? Also ich persönlich benutze mein Handy sehr oft. Ich weiß nicht, wie aus meinem Linus ist. Und heute habe ich mir mal gedacht, ich lasse zu Hause, ob ich mal nicht zu erreichen bin und einfach mal abschalten kann. Und du? Wie siehst du das? Ich habe mein Handy auch zu Hause gelassen, weil dann kann man auch mal richtig abschalten. Und man muss auch nicht immer erreichbar sein. Dankeschön. Bitteschön. Tschüss. Wie Sie sehen, kann man auch mal vom Handy wegkommen und Sport mit Freunden treiben. Wir wünschen den beiden noch viel Spaß. Wenige Jugendliche betreiben heutzutage noch regelmäßig Sport. Stattdessen verbringen sie ihre Freizeit an ihrem Handy. Unser Video motiviert euch, euer Handy auch mal wegzulegen. Denn Sport macht glücklich. Daniel, ist das öde dich hier. Guck das Video an. Guck mal, wie lustig. Lass uns doch rausgehen bis den Körper weg. Nein, guck mal das Video an. Gleich, guck mal. Ganze. Ach komm, lass den Scheiß hier. Lass uns doch ein paar Körper weg. Hast du das Wetter gesehen, was wir raus? Es regnet. Ja, dann gibt es doch die Halle hier. Gleich nebenan. Oh, ich habe gar keine Ahnung. Ja, komm jetzt mit. Meinst du? Ja, komm. Let's go. Komm, wir gehen. So, ich hoffe, die Tür ist zu. Was soll jetzt die Tür ist zu? Wir gehen raus. Was wird das für? Ja, aber du hast gesagt, die Tür war offen. Dann hätten wir jetzt der Tonal mit Basketball gespielt. Schau dir das Wetter an. Was wird das? Ja, okay, erst recht. Soll es mal ein Treffer? Schön. Kannst du das auch? Hi, ich heiße Daniel Weckere. Und eigentlich spiele ich keinen Basketball, aber ich betreibe Sport. Ich mache Judo. Mehrmals in der Woche. Und ich mag das, da kann man einfach mal abschalten. Hat ein bisschen was mit der Natur zu tun. Dann kann man richtig mal die Sau rauslassen. Ich lege auch hier mein Handy weg, um Sport zu machen, weil es Spaß macht. Unsere Gruppe hat sich mit der Frage beschäftigt, was uns in Bewegung hält und woran wir am meisten Spaß haben. In diesem Clip werden wir über Fußball und Tanzen berichten und begründen, was uns genau zu diesen Sportarten motiviert. Köln, die Domstadt, ist bekannt für ihre zahlreichen Sportvereine. Auch wir sind in unterschiedlichen Bereichen vertreten. Fußball gehört unter anderem zu unseren Lieblingssportarten. Die Sportart ist bekannt für sein Teambuilding, was uns auch zum Fußball gebracht hat. Innerhalb eines Teams haben wir viel Spaß, da man auf neue Leute und Mitspieler stößt und als Team bzw. kleine Familie auftritt. Außerdem gibt uns die Sportart die Möglichkeit, abseits der Schule einen Ausgleich zu finden und den Kopf frei zu bekommen. Wir sind sehr froh, dass wir eine so tolle Sportart gefunden haben, die uns Spaß macht und sind auch stolz, einen Kölnchen-Verein zu vertreten. Neben dem Fußball ist auch der Karneval in Köln Tradition. Ich tanze jetzt seit 13 Jahren meines Lebens, sechs davon bei den Kölnchen Harlequins. Wir tanzen über die Bühnen des Kölner Karnevals, schunkeln mit Bands Arm in Arm und zaubern ein Lächeln ins Gesicht unserer Zuschauer. Für mich ist Tanzen Leidenschaft. Woche für Woche trainieren wir für die kommende Session am Anfang des Jahres. Wenn es dann soweit ist, freuen wir uns, dass es endlich wieder losgeht und können den Leuten zeigen, was wir das ganze Jahr übereinstudiert haben. Außerdem bedeutet Tanzen Gemeinschaft. Wir haben einen starken Zusammenhalt in der Gruppe und unternehmen gelegentlich etwas zusammen. Freundschaft steht bei uns groß geschrieben und ich zähle einige meiner Mittänzer zu meinen besten Freunden. Ich liebe es zu tanzen und kann mir nicht vorstellen aufzuhören. Das motiviert mich zum Sport. In unserem Videoprojekt haben wir uns mit der Frage beschäftigt, ob man mit Videospielen auch aktiv und bewegungsfreudig sein kann. Man kann sogar beides prima miteinander verbinden. Das zeigen wir euch im folgenden Video. Wir hoffen, dass es euch gefällt. Oh Mann ey, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr so vertrüppelt PC zu spielen. Mann, ich bin so... Was ist das? Schon seit einem Jahr spiele ich nur noch PC. Eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr da drauf, mit so einem Buckel PC zu spielen. Und das den ganzen Tag. Ey, Gosa, hast du nicht auch noch Wii? Ja, ja genau. Ja, lass machen. Ja, ja. Bis gleich, bis gleich. Ich mach dich kaputt, Mann. Mach du Kacke. Alter, das macht voll Bock, Mann. Lass du das mal den ganzen Tag machen. Komm doch her, Mann. Du hast keine mehr Chance gegen mich. Boom. Vielen Dank an unsere Schülerreporter vom Lessing-Gymnasium. Die Welt des Sports ist groß. Und wir haben bislang vor allem aus der deutschen und der, naja, etwas weniger sportlichen österreichischen Perspektive berichtet. Doch wie sieht es eigentlich im Ausland aus? Wir werfen einen Blick nach Dublin. Denn da sind gerade unsere Korrespondenten Sebastian Huck und Philipp Lanzerath. Irland. Das Land der Dichter und Trinker, des guten Alkoholkonsums und vor allem der Pappkultur. Sport ist groß. Auch in Irland, zumindest, sieht das immer bei der Erde so aus. Andererseits ist es so, dass Irland bei den Olympischen Spielen in den letzten Olympischen Spielen zwei Medaillen geholt hat. Wird Sport überhaupt groß geschrieben in Irland? Und haben die Irland überhaupt so eine große Auswahl wie wir, was sie für Sport konsumieren wollen? Wir finden es raus. Tatort Griffith College in Dublin. Das Mordopfer? Die Hose. Denn außer mir ist keiner auf dem Bolzplatz. Na gut, Fußball steht nicht an erster Stelle. Rugby ist der Nationalsport in Irland. Conor McGregor, der gefeierte Star der Kampfsportszene. Er füllt den legendären Madison Square Garden in New York City nur mit irischen Fans. Doch auf den Straßen herrscht die tote Hose. Wo ist die irische Leidenschaft? Wo sind die Journalisten? Wo finde ich überhaupt Fans und Sport? So, ich sitze jetzt hier mit Philipp Lanzerath. Philipp war im Aviva-Stadion und kann hautnah berichten, wie so Länderspiele-Iren wirklich aussieht. Philipp, erst mal, ja, du warst wirklich da. Was für ein Spiel warst du denn überhaupt? Ja, wir haben uns schon, als wir noch in Deutschland waren, vorgenommen, zum WM-Qualifikationsspiel der Iren gegen Georgien zu gehen. Anfang Oktober. Und waren natürlich mega begeistert. Und auch hatten hohe Erwartungen nach der EM, wo die irischen Fans wirklich auf den Rängen wirklich richtig klasse Support hingelegt haben. War das im Endeffekt so, dass die Vorstellung, die du hattest, von den irischen Fans bestätigt wurde? Die Stimmung war okay. Also es war eine ordentliche Bundesliga-Stimmung, würde ich sagen, wie in der Bundesliga in vielen Stadien in Deutschland. Das ist aber jetzt nichts außergewöhnliches. Bundesligareife Stimmung. Aber Fans und Berichterstattung kratzen nur an der Oberfläche und sind international orientiert. Ich betrachte den irischen Sportsgeist bei einem College-Spiel. Da ist es auf einmal. Das irische Feuer. Die Fans voller Leidenschaft. Das Spiel ist hart. Zu hart. Nach einer Schlägerei endet es. Aber was sagt das alles über Irland aus? Okay. Also final muss man wirklich sagen, die irischen Fans sind so, wie sie in Medien dargestellt werden. Sie sind freundlich, haben sehr viel Spaß, sind immer gut gelaunt, egal wie ihre Mannschaft spielt. Aber der irische Sport, der ist im Kommen. Das weiß nicht nur Gernot mit seinen Österreichern, sondern mittlerweile auch die Boxwelt. Bei Olympia können Sie noch ein bisschen nachrüsten. Und auch in der Sportberichterstattung ist alles sehr, sehr oberflächlich. Aber generell kann man wirklich sagen, Irland ist eine Sportnation, die vielleicht im Kommen ist. Und damit gebe ich zu Jörg ins Studio. International ist Irland also auf einem sehr guten Weg. Großartige Unterstützung der Fans bei der Fußball-Europameisterschaft. Und Conor McGregor hält die Kampfsportwelt in Atem. Und an Olympiamedaillen in Rio gab es sogar mehr als für Österreich. Was ist denn da los, Gernot? Ja Robin, wir sind eine Wintersport-Nation und deshalb würde ich vorschlagen, wir sprechen uns wieder in zwei Jahren nach der Winter-Olympiade in Südkorea. Ja, so kenne ich unseren Gernot. Ausreden hat er immer parat und Olympiasieger könnte damit auch locker werden. Doch egal ob Wintersport oder Sommersport, Sport ist ja für uns alle da. Und wenn uns die Werte wichtig sind, dann müssen wir auch alle zusammen die Verantwortung übernehmen und dürfen die Schattenseiten nicht ignorieren. Und damit sind wir schon am Ende unserer Sendung angelangt. Beim nächsten Mal geht es dann um Kunst und Kultur in den Nachrichten. Im Namen der gesamten Crew sagen wir Danke. Und wenn ihr euch mal bei uns als Schülerredakteure bewerben wollt, dann schaut einfach auf unsere Homepage. Dort findet ihr nicht nur alle Infos zum Bewerben, sondern auch alle bisherigen Sendungen. Noch einmal im Namen der gesamten Crew. Danke fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Good Morning Cologne! .